Das ist eine Legende. Heinz Floh ist eine Legende. Punkt. Was ist das? Das kennen wir da gar nicht. Das muss doch. Der war ein außergewöhnlicher Spieler, der ein Spiel lesen konnte, der Tore schießen konnte, der eine Mannschaft führen konnte. Auch wenn es mal enge Spiele gab, wer hat Theater veranstaltet? Eine Flocke. Der ist vorne drauf und hat mal ein Zeichen gesetzt. Dann war es der Heinz Floh. Der hat eigentlich den FC geprägt, wie kaum ein anderer. Das war ein Hero, das hat man nicht vergessen. Heinz Floh, der mit dem Ball tanzte. DVD und Buch gibt's beim 1. FC Köln überall, wo es DVDs und Bücher gibt oder unter www.heinz-floh.de